Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt heute. Es geht um ein Roguelike und es ist ein sehr bekanntes Roguelike und für alle die mit Roguelikes viel zu tun haben, ihr werdet es kennen, es ist Dungeon Crawl Stone Soup 0.20.0, da oben seht ihr die Version. Wir spielen das Ganze heute ein bisschen, ich weiß, das Spiel kennen die meisten, also es ist eines der populärsten Roguelikes tatsächlich und das Schöne ist, es ist Freeware und ihr könnt es runterladen, ich glaube für Windows und auch Mac, vielleicht auch Linux, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ihr könnt es auch, wenn ihr wollt, im Browser spielen. Also das Spiel variiert ein bisschen von der grafischen Darstellung im Browser im Vergleich zur runtergeladenen Version, aber das ist wirklich nur marginal. Das Coole heißt also an dem Fall, ihr könnt beispielsweise in der Arbeit sein oder in der Uni oder so und ihr habt nur einen Browser da, da könnt ihr das spielen, aber psch, ich habe euch nichts gesagt. Wir erstellen hier einen neuen Charakter, äh, Enter Your Name, ich nenne mich mal Conny und wir gehen einfach direkt hier rein. Und es ist ein Dungeon Crawler, das sagt der Name ja natürlich schon und das ist natürlich ein Roguelike, wenn ihr sterbt, seid ihr tot. Keine zweite Chance, kein Roguelite oder ähnliches, dass ihr nochmal so eine Backup-Version habt, nix tot. Und es geht darum, dass ihr hier, ähm, einen Gegenstand, einen Orb holen müsst, irgendwo versteckt, unten in den Katakomben und darum geht das in diesem Spiel. Und das sind sozusagen die, ähm, Spezies, die Spezien, wie, die Spezies, ist das mal Englisch und ihr könnt euch also hier was aussuchen. Ähm, ihr seht, das ist sehr tiefgründig. Ich empfehle euch für den Anfang und ich habe auch viel jetzt im Vorfeld dieses Spiels gelesen, ich empfehle euch einen Minotaur-Berserker. Warum, versuche ich euch gleich zu erklären. Äh, es gibt dann also nochmal eine Klasse, Background, das entscheidet darüber, mit welcher Start, ähm, Ausrüstung ihr beginnt und welche möglicherweise vorhandenen Vorteile ihr mitbringt. Also, Minotaur-Berserker. Ich bin Conny, the Minotaur-Berserker. Und man kann sich hier noch für was entscheiden. Boah, ich gehe mal auf Maze. Mach so einen schönen Morgenstern, äh, Morgenstern müsste das sein. Und da sind wir schon im Spiel. Und ich habe mich dazu entschieden, auch die Teilsätze ein bisschen größer zu machen, damit ihr was sehen könnt. Ähm, weil das teilweise, vor allem wenn ihr es auch vielleicht mobile anguckt, auf dem Smartphone oder so, vielleicht nicht so cool rüberkommt. Das heißt, also das Spiel ist ein müh kleiner, ne, von den Pixeln her jetzt, sage ich mal. Die Schrift ist identisch, das Inventar hier identisch, hier oben die, die Statusgeschichte auch. Ähm, ihr könnt das Spiel natürlich wie, wie die meisten Roguelikes mit der Tastatur spielen oder eben auch die Maus zur Hilfe nehmen. Und das sind wir hier. Conny, ne. Ja, und ihr seht hier schon, Maus over wird angezeigt. Wenn ihr den Rechtsklick an, äh, klickt, seht ihr überwiegend noch ein bisschen Statistikzeug. Ähm, wir können immer schnell drüber gucken, was wir hier so haben. Health ist klar, Magic ist klar, das ist Mana. Dann haben wir hier, ähm, Armor, ähm, Class, glaubt, glaub ich heißt die Abkürzung, also wie stark unsere Rüstung ist. Dann haben wir Evasion, also Ausweichen, solche Geschichten, ähm, dass ein Treffer vielleicht nicht trifft, weil man eben flink ist. Dann haben wir noch ein Schild, Stärke, Intelligenz und, äh, Dexity, ähm, die Ausdauer, beziehungsweise Geschicklichkeit ist Dexity, glaube ich, ne. Genau, Stamina ist, ähm, Ausdauer. Dann habt ihr hier den Erfahrungslevel und wann es den nächsten gibt. Wir haben also nur 0% bisher erreicht und da haben wir schon eine Eigenheit in diesem Spiel, in DCSS. Äh, wir haben Götter, die wir anbeten können. Wir finden überall in der Welt verteilt Altare und, äh, ich weiß nicht genau, wie viele Götter es gibt, also 8 mindestens. Und jeder gibt uns bestimmte Boni. Äh, und dadurch, dass wir als Minotaur-Berserker starten, haben wir automatisch schon den Vorteil, dass wir einem Gott, äh, zujubeln, ja, den anbieten. Das ist der Trog und den sollte man eigentlich, also es kann sein, aber eigentlich müsst ihr den nicht mehr verändern. Also ihr müsst keine anderen Altare finden oder sowas. Gleich mehr dazu. Dann haben wir hier die Resistenzen. Ihr seht, äh, Fire, äh, Eis, negative Energie, positive, äh, äh, Poison, Elektrizität und Korrosion. Dann gibt's Magic Resistance, Stealth ist auch klar, wie auffällig seid ihr zu finden für die Monster. Ähm, genau. Und dann gibt's hier noch tausend andere, äh, Boni. Äh, hier seht ihr, was ausgerüstet ist, aber da gucken wir gleich noch ein anderes Menü. Ähm, mit der Taste I kommt ihr ins Inventar. Das ist im Moment überschaubar. Wir haben die Maze, die ist auch ausgestattet. Das sehen wir daran, dass es dahinter mit grün Weapon steht. Und Animal Skin ist unsere Rüstung, ja. Ja, also ich sag mal so, das gibt jetzt nicht so viel, ja. Base Armor Rating 2 und dadurch kommen wir auf eine gesamte AC von 2, na. Äh, das ist jetzt nicht so viel. Aber wir finden bestimmt ganz tolle Rüstungen. Und dann kommt es auch darauf an, äh, bis wie viel man die verzaubern kann mit Rolls of Enchantment. Also ihr könntet diese, dieses Stück Leder da, ähm, Haut von, von Tieren, äh, könntet ihr sogar noch zweimal enchanten. Aber das macht natürlich da keinen Sinn. Die Rollen sind woanders besser ange, äh, angebracht. Und, äh, hier haben wir unsere aktuelle Startwaffe mit einer gewissen Genauigkeit, die unter anderem in der Berechnung dafür ausschlaggebend ist. Trifft ein Schlag oder nicht in Kombination mit Ausweichen und so weiter beim Gegner. Das ist ein mega Rechenprozess. Ihr wisst ja, das sind super komplizierte Formen bei, bei solchen Spielen. Und, ähm, genau. Dann seht ihr noch, wie schnell die Waffe ist. Also ihr wisst ja, das ist ein rundenbasiertes Spiel, ne? Wenn wir uns bewegen, dauert das genau eine Runde. Aber es kann natürlich sein, dass wenn man langsamer ist oder schneller durch verschiedene Buffs oder Debuffs, ähm, dass es länger dauert, ne? Und das ist hier bei dem Schlag, mit, mit dieser Maze brauche ich quasi, um einmal zu hitten, um den Damage zu machen von 8, brauche ich knapp anderthalb Runden. Das heißt also, wenn ich attackiere, dann macht er sozusagen, äh, 50% weniger Schaden in dem Moment in der Runde. Oder, sag ich mal, Moment, kurz überlegen, nicht 50%, sondern 75% müssen sein. Da muss man immer im Hinterkopf haben, ne? Der Delay, da ist auf jeden Fall eine Verzögerung mit drin. Und dann seht ihr noch, dass diese Maze bis zu plus 9 verzaubert werden kann. Das heißt also, dass bestimmte Werte hier dann eben dementsprechend sich potenzieren würden. Aber auch das machen wir hier nicht. Und essen gibt es auch eine Ration Brot. Und wir als Berserker haben den Vorteil, wir können sogar, ähm, Viecher essen. Monster, die wir bekämpfen. So. Dann haben wir hier oben nochmal diese Kurzansicht. Hier ist die Map auf der rechten Seite. Das seht ihr auch noch wunderbar. Hier unten ist das Log-File. Äh, dann habt ihr, wenn ihr, ähm, Ausrufezeichen, äh, Fragezeichen und nochmal Fragezeichen klickt, seht ihr die ganzen Befehle. Also, wie könnt ihr euch navigieren, was bedeutet hier was und so weiter und so fort. Ähm, ja, das ist ganz cool. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ja, genau. Ja, und ansonsten haben wir hier unten nochmal das Inventar. Also das, was wir eben mit dem I aufgerufen haben, sehen wir hier. Ebenso sehen wir hier Spells, die wir noch nicht haben. Memorization, wenn wir also Spell-Books finden, womit wir dann also Zaubersprüche lernen könnten. Und dann haben wir Skills. Und das ist ein bisschen so wie bei RuneScape. Das heißt, ihr könnt sozusagen, oder wie bei Ultima Online, ihr könnt bestimmte Skills, äh, ubleveln, während ihr Erfahrungen sammelt. Ich zeig euch das mal auf dem, äh, Skills-Screen, den öffnet ihr mit M wie Marta. Das sind die Sachen, die wir aktuell im Laufe der Zeit, indem wir Gegner besiegen, ja, bekommen wir Erfahrungspunkte, die können wir hier investieren. Und das entweder manuell oder automatisch. Und ich mach das immer manuell. Ich mach das immer, äh, manuell, weil, ähm, wir gar nicht so viel benötigen. Weil wir am Anfang nämlich eigentlich nur Maces and Flails machen wollen. Das heißt, ich deaktiviere Armor, ich deaktiviere Dodging, indem man einfach auf die Taste drückt. Und jetzt seht ihr, 100% meiner Erfahrungspunkte wandern in unsere Haupt-Primärwaffe. Was hier grün leuchtet ist, äh, Axes, äh, Axes und Staves, äh, also so Staves, ne, ähm, das wird Cross-getraint, sozusagen. Also, das passiert automatisch, das können wir nicht verändern. Aber 100% der Erfahrungspunkte gehen hier in die Mace. Wir haben aktuell ein Level von 3,6. Das bedeutet, wenn wir uns nochmal die Waffe kurz angucken, wir benötigen, damit wir die schnellste Möglichkeit haben, hier die Waffe auszuüben, also ein Delay von 0,7, müssten wir die, ähm, die, die, die Maces auf Level 14 bekommen. Aktuell sind wir Level 3,6, so. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, was ich damit meine. So, das ist, äh, auch eine Geschichte. Und dann, wenn ihr A wie Anton drückt, seht ihr Abilities. Und die Abilities, die bekommen wir durch den Gott, den wir ausgewählt haben. Und in dem Fall sind wir ja ein Minotaur-Berserker, haben wir Berserk. Und das ist ziemlich geil. Genauso Burn Spellbooks. Auch das ist ein geiler Skill. Ähm, ich zeige euch mal ganz kurz, Moment, Fragezeichen, was denn der Berserk-Mode macht. Im Endeffekt ist es eure Lebensversicherung. Wenn ihr merkt, da ist irgendein Gegner, der ist mir nicht ganz geheuer, dann könnt ihr in den Berserk-Mode gehen und ihr erhöht damit vorübergehend die Gesundheit, die Geschwindigkeit, den Damage, den ihr macht im Nahkampf. Ähm, und wenn ihr natürlich aber dann Multiple Kills erzeugt, könnt ihr diesen Effekt verlängern. Ansonsten, sobald ihr Out of Combat seid, nach ein, zwei Runden, ähm, verschwindet das Ganze. Und das Coole ist, dass diese Ability nichts anderes, äh, kostet als Hunger. Ja, und wir werden immer hundertprozentig diesen Skill, ähm, einsetzen können. Ja, Failure, 0%. Es gibt bei anderen Göttern andere Wahrscheinlichkeiten. Jetzt möchte ich gerne spielen, damit ihr versteht, um was es hier geht. Also ihr könnt natürlich hier mit dem NumPad laufen, 5, 2, 4, 6. Ihr könnt mit der 5 eine Runde pausieren, ne, ganz einfach. Ihr könnt also hier rumlaufen und ihr seht diesen grünen Rahmen, wenn um Gegenstände herum grüne Rahmen sind, werden diese Gegenstände automatisch aufgehoben. Ihr seht jetzt, was hier genau liegt, Breadration, das seht ihr auch hier noch beim Log-File. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Taste X drücken, dann mit den Pfeiltasten hier hin und dann V für die Beschreibung. Oder aber ihr geht Mouse-Over, rechte Maustaste, dann könnt ihr das euch auch anzeigen lassen. Ähm, genau. Und diese grüne Rahmengeschichten sind die, die automatisch aufgehoben werden, sobald wir vorbeilaufen. Und hier, meine Damen und Herren, ist unser erster Gegner, ein Lizard. Ähm, auch hier könnt ihr rechte Maustaste einfach draufklicken und dann seht ihr, was ist das für ein Getier. Also hat ganz wenig, ähm, Health Pool oder Hit Points, nennt es wie ihr es wollt. Relativ gute Ausweichmöglichkeiten, keinerlei Rüstung, keinerlei Resistenzen. Und hier gibt es noch ein bisschen Beschreibungstext, äh, it looks easy, das heißt, es ist im Vergleich zu unserem Level leicht machbar. Ähm, it is cold-blooded and maybe slowed by cold. Und attacks, also es ist ein Kaltblüter und, äh, ne, klar, klein ist er und er kann bis zu 3 Damage noch beißen. Also, das Ding ist ziemlich harmlos. Und wie bei jedem Roguelike ist es halt so, dass man auch bei diesem Spiel, ähm, attackiert, indem man in Richtung des, äh, Gegners drückt. Dann führt man einen Nahkampf aus. So. Was ich hier aber normalerweise mache ist, ich versuche in Deckung zu gehen, weil ich weiß ja nicht, ob der nicht hier hinten noch ein paar Leute hat im Schlepptau. Und die werden auf mich aufmerksam. Es gibt nämlich eine Lautstärke, einen Sound, ähm, Noise heißt das Ding hier. Je nachdem, wie schnell ich mich bewege, beziehungsweise wie dick und fest meine Rüstung ist, kann es dafür sorgen, dass ich, äh, im Dungeon von anderen Gegnern schneller wahrgenommen werde. Ich gucke mal, wie lange laufen wir schon, 12, okay. Passt auf, das heißt, ich, äh, anstatt da auf den zuzugehen, gehe ich erstmal ein Stückchen nach hinten, drücke die 5, warte also 2 Runden und jetzt, wenn er neben mir steht, jetzt drücke ich in seine Richtung einmal, ne, ein zweites Mal und dann ist er schon tot. Ihr seht, er hat ein bisschen, das seht ihr hier am, am, am Bar direkt unter unserem, äh, Charakter oder hier oben, er hat ein bisschen Schaden verursacht, 2, aber halb so wild, ne, halb so wild. Jetzt können wir hier noch weiter gucken, was hier liegt. Und zwar, wenn wir einfach drauf gehen, seht ihr das nicht mehr, aber hier unten wird's mit angezeigt, ne, das ist eine Möglichkeit. Und ihr könnt natürlich jederzeit, ähm, Rechtsklick, ähm, beziehungsweise, Moment, um sie einen zurück, genau, Rechtsklick und dann seht ihr, wir haben hier also diese Leiche von einem Lizard. Und jetzt kommt ein wichtiger Trick, ihr geht drauf, drückt C und damit schneidet ihr mit dem Messer, was ihr immer habt, das ist nicht im Inventar aufgelistet, dieses Fleisch in Stückchen. Und die haben wir jetzt im Inventar, a chunk of flesh, denn im Laufe der Zeit bekommen wir Hunger, auch unsere Abilities als Besorger kosten ja Hunger als Einheit, sag ich mal, dann könnt ihr das einfach essen. Ähm, das wird auch schlecht im Inventar, nach einer bestimmten Zeit verrottet ist, dann könnt ihr es nicht mehr essen, aber im Normalfall kommt ihr so, wann immer ihr jemanden tötet, gut und sicher an Nahrung. Und das würde hier unten stehen, unter Nothing Quivered, würde hier stehen, ähm, ne, dass ihr da, äh, jetzt hungrig seid. Gut, jetzt sind wir ein bisschen verletzt, jetzt machen wir folgendes, wir drücken die 5, mit der 5 wartet er so lange, bis man vollständig geheilt ist, oder es kommt irgendein Gegner in den Screen, dann würde er das natürlich irgendwie, ähm, dann unterbrechen. So, hier ist ein bisschen, oh fuck, ja da geht's schon los. Ähm, jetzt sind ein paar Gegner da, wir haben hier einen Goblin, wir haben hier Schakale, und äh, jetzt gucke ich mir erstmal kurz den Schakal an, äh, easy, wir haben ein bisschen Rüstung, 5, aber nichts gefährliches, was ist mit dem Goblin? Intelligent heißt in dem Spiel einfach nur, dass wenn ihr hier, ähm, hier steht zum Beispiel, ähm, checkt ein, ein intelligenter Gegner, dass er vielleicht diagonal angreifen kann, oder sich diagonal hinter euch stellen kann. Das machen die dummen Kreaturen nicht, wie auch, wie dem auch sei, mein Ziel ist es jetzt mit der Horde hier klar zu kommen. Ich verziehe mich erstmal nach hinten, ja, ich gehe diagonal nach oben mit dem, mit der 9 auf dem Numpet, bin hier in diesem Gang drin, und zwar jetzt, und in diesem Moment kann ich immer nur gegen einen Gegner antreten, weil die anderen kommen hier nicht durch. Was anderes ist, wenn ihr dann später mal Orkpriester habt, das ist richtig unangenehm, weil die können distanzmäßig Spells casten. Das ist dann nicht so cool, aber solange wir hier nur ein paar Schakale und Orks haben, wobei hier ist ein Hobgoblin, der ist nochmal ein bisschen stärker, Goblin, Goblin, ja, 5, ein bisschen stärker, ja, so ein bisschen stärker. Ja, und was ich jetzt mache, ist wie immer, einfach in die Richtung drücken, nach links, ah, seht ihr, jetzt ist er, das ist nämlich auch ein intelligentes Viech, das geht nicht. Das ist ein bisschen schwierig, ich laufe mal hier hinter, ah, okay, hier ist ein besserer Gang, da kommen noch Lizards und alles, so, jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr da durchzukommen. Ich warte und mache eine nach dem nächsten fertig, und ihr seht, ich bekomme schon ein bisschen Probleme hier. Ich habe ein Level Up, steht links unten, Level 2, alle drei Level könnt ihr einen Status erhöhen, Strength, Intelligenz oder Dexity. Ich hoffe, ich komme gut durch und der noch, okay, wunderbar. Jetzt drücke ich erstmal die 5, um mich zu heilen. Ich bin wieder voll, Balken ist voll und jetzt kann ich hier alles mir mal angucken, was da rumliegt, weil das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir haben hier eine Robe, ihr könnt Gegenstände aufheben mit der Komma-Taste. Nehmt er jetzt mit. Die grünen Gegenstände werden eh automatisch aufgehoben, ihr könnt übrigens auch im Menü festlegen, welche Gegenstände, welche Typen Gegenstände er immer automatisch aufheben soll. Hier ist ein Ring, den schauen wir uns gleich an. Was ist das hier? A Royal Jelly, das ist zum Essen, nehmen wir, heben wir auf. Hat er jetzt nicht automatisch aufgehoben, weil ein Gegner in der Nähe ist, da macht er das nicht. Und zwar ist das, oh, Dartslug. Slow, very small, okay, also keine Gefahr, können wir einfach draufhauen. Und hier ist noch ein Trank. So, wunderbar. Jetzt seht ihr, bewege ich mich die ganze Zeit eigentlich, hier sind noch ein paar Lizards. Oh, was ist das hier für ein Ding? Was, ich habe einen Helm hier gefunden, ich glaube, den kann ich gar nicht aufziehen, weil ich ein Minotau bin und solche Hörner habe. Hier mit C wieder drauf, dann haben wir Fleisch. So. Hier geht die Treppe nach unten. Oh, was ist das hier unten? A Sling, okay. Oh, was ist das für ein Kollege? Ein Kobold, ja, den kriegen wir auch hin. Ups. Ich will nicht Explorer Mode machen, nee, 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 nee. Das nehmen wir mit, mit der Komma-Taste und den Helm nehmen wir auch mit, der Shiny Helmet. So. Jetzt seht ihr, dass ich hier mich immer die ganze Zeit durch die Gegend bewege mit den Pfeiltasten. Das dauert natürlich viel zu lange. Euer wichtigster Begleiter in diesem Spiel ist die O-Taste. Wenn ihr gedrückt haltet, passiert folgendes. Ihr seht, das Ding sucht, bis es irgendwas findet. Gegenstände, Gegner, Ausgänge. Dann stoppt es kurz und dann könnt ihr wieder O drücken. Dann zeigt er euch immer hier an. Aha, found Sling Bullets. Okay, weiter O. Hier ist ein Teleport Trap. Dürfte nicht ausgelöst werden, wenn wir sie identifiziert haben. Okay, dann geht's nicht. Okay, da können wir nicht durch, weil sonst werden wir wegteleportiert, das wollen wir nicht. Hier können wir diagonal noch laufen. Okay, ich drücke wieder O. Und so kann man einen Raum, ein Level eines Dungeons komplett identifizieren. Oh, hier ist eine Maze. Nehme ich mal mit. Da unten ist noch ein Trank und hier ist nochmal ein Goblin. Machen wir aber auch nochmal platt. Hier ist ein Schild. Das nehmen wir auch mit, weil das können wir eventuell ausrüsten. Hier ist nochmal ein Trank. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein Amulett. Eine Fledermaus. Goldstücke. Oh, hier liegen einige Sachen rum. Wir gucken uns die gleich nochmal alle an im Inventar. Sehr schön. Hier das Fleisch mitnehmen. Wir sind noch nicht hungrig. Da ist nochmal so ein Lizard. Und so spielt man das erste Mal. Wobei ihr aufpassen müsst. Also es gibt, ich habe auch gesagt, ich drücke immer in die Richtung, in die der Gegner steht. Ihr könnt auch O und die Tab-Daste drücken. Der Tabulator greift nämlich den nächstgelegenen Gegner direkt an. Tab, 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 tab. Aber ihr müsst natürlich vorsichtig sein. Weil natürlich, ähm, weil natürlich manche Gegner einfach zu schwer sind. Und ihr dann in die Bredouille kommt, wenn ihr einfach stupide drauf drückt wie blöde, ne? So. Das hätten wir auch. Hui, der war auch ganz schön, der war stark. Der andere wurde auch aufmerksam auf uns. Okay, den check ich nochmal schnell. Ups, das bin ich. Ne, der ist eigentlich harmlos. Also das ist harmlos, aber... So. Ähm, ihr seht, dass ich dieses Schwert hier nicht aufhebe, weil ich im Endgame kein Schwert haben will. Deswegen brauche ich das gar nicht, ne? Wir können mal schnell gucken, ja. Maces and Flails, dadurch, dass ich die eingesetzt habe, sind wir schon auf Level 5. Das geht also jetzt Stück für Stück nach oben. Und es wird halt hier tatsächlich alles angesetzt. Ähm, so 100% quasi. So. Kost. Training, Kost. Training, genau. Training, Kost. Ja, Training ist wunderbar, passt soweit. Gut. Wir drücken wieder die 5, um uns zu heilen. Jetzt gucken wir mal ins Inventar. Jetzt seht ihr, da sind einige Sachen inzwischen drin. Das Triggier an der Sache ist bei Roguelikes, dass ihr Gegenstände ja identifizieren müsst, ne? Ich sehe hier ein Notched Marble Ring. Ich habe ein Large Cameo Amulet. Ich weiß aber nicht, was das für Teile sind. Die können auch verzaubert sein. Manche haben negative Effekte und die können sie nicht mehr abnehmen, wenn sie Cursed sind. Das kann auch durchaus passieren. Also muss ich hoffen, eine Rolle der Identifikation zu finden. Also eine Scroll of Identification, das kennt ihr von anderen Spielen auch, Diablo oder Path of Exile oder so. Also genau so bei Potions. Also wir wissen, das ist eine orangene Potion, aber die mag vielleicht im Spiel davor eine Heilpotion gewesen sein und es ist jetzt halt eine Giftpotion. Wenn ich die einfach trinke, habe ich den negativen Effekt, ohne was machen zu können. Deswegen Potions, aber auch sowas wie Ringe und Amulette nicht so cool. Lieber warten, bis ihr wirklich eine Identifikationsrolle habt, bevor ihr die einsetzt, ne? Das ist nicht so verkehrt. Bei den Scrolls ist es so, dass ihr, ja, ich lese mal eine. Ihr klickt auf K, das ist also eine Möglichkeit, ihr geht ins Inventar und guckt. Oder wenn ihr gleich lesen wollt, aus dem Hauptspiel heraus, guckt ihr R für Read und dann könnt ihr K lesen. Und es war eine Scroll of Enchant Weapon. Und das ist jetzt ein bisschen blöde, weil jetzt habe ich halt eine Verzauberungsrolle und setze die aber halt auf meine Maze an. Und drück A, dadurch ist die verzaubert und ist jetzt eine Plus-Eins-Maze mit ein bisschen mehr Schaden und Genauigkeit. Aber das ist halt jetzt ein bisschen rausgeschmissenes Geld gewesen, sozusagen. Den Buckler, das Schild, können wir eigentlich auch anziehen. Das müsste funktionieren. Waffen und auch Schilde werden beim Anziehen sofort automatisch identifiziert. Das ist halt ein Vorteil. Aber es kann auch einen negativen Effekt haben. Jetzt habe ich also ein Schild und eine Maze. Und eine Haut. Die Robe macht jetzt keinen Sinn. Den Helm kann ich leider nicht einsetzen. Den kann ich auch gleich droppen. J und dann D wie Dora. So. Hier ist nochmal so ein Kollege. Die machen aber echt Schaden ganz schön. Also dafür, dass ich... Jetzt bin ich hungry. Also steht hier unten, you are feeling hungry. Und hier oben auch. Das heißt, ihr drückt E wie Emil. Und das Fleisch ist leider inzwischen verdorben. Oder haben wir hier noch irgendwo was? Ne, da ist nichts. Ja, da müssen wir uns leider... Ja, wobei, vielleicht... Oh, hier ist noch eine Rolle. Und, Achtung, ich habe die Fledermaus getötet. Jog accepts your kill, weil unsere... Hier oben unser Gott hat ja auch einen gewissen Bonus. Gibt uns auch Gegenstände übrigens. Also es ist nicht nur damit getan, ähm, dass wir da diese Abilities haben. Zeige ich euch gleich noch. Und ich gehe jetzt erstmal auf Stärke. Das ist mein Hauptding. Ihr könnt allerdings auch auf Dextity gehen. Damit habt ihr ein bisschen mehr Ausweichmöglichkeiten. Ich bleibe jetzt erstmal bei Stärke. You feel stronger. Hier ist eine Scroll. Die nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Und jetzt wollte ich nochmal ins... In den Religionsscreen. Jetzt muss ich nur überlegen, welcher das ist. Äh, Tilde. Genau. Und jetzt seht ihr, welche Vorteile uns Jog, unser Gott, gibt. You can go berserk at will. Und dann gibt es aber hier, you can call in reinforcements. Das heißt, ich bekomme auch die Möglichkeit, dann nochmal zusätzliche Helfer an meiner Seite zu beschwören. Und so weiter. Das geht natürlich hier auch. Also ihr seht ein sehr komplexes, cooles Roguelike. Und wenn ich hier sterben würde, wäre es vorbei. Der Vorteil ist, wenn ihr sterbt, wird alles identifiziert, was ihr im Inventar habt. Für den Fall, dass ihr da noch eine Frage offen hattet. Spätestens dann wisst ihr, was ihr da verpasst haben könntet. Da oben ist nochmal ein Monsterchen. Machen wir auch noch platt. Da ist nochmal ein Lizard. Dann Exploring. Jetzt steht hier alles Explored. Das heißt, wir haben das Levelchen hier komplett erkundet. Und jetzt wollen wir nach unten gehen. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten hier einfach manuell runtergehen. Ihr könnt aber auch mit G wie Gustav, also mit Capital G, könnt ihr sagen, wo ihr hinwollt. Das heißt, ihr drückt D für Dungeon und dann Level 2, damit ihr runter geht. Aktuell seid ihr Dungeon Level 1. Level 2 wollen wir. Enter. Und dann geht er automatisch hier runter. Und dann seid ihr auf einem neuen Level. Und hier geht das ganze Späßchen von vorne los. Natürlich werden die Gegner zunehmend stärker. Und ihr findet ganz tolle Sachen und Gegner und Tricks, die ihr machen könnt. Und ich werde mal ganz kurz noch mal eine Rolle lesen. J, R. Ja, das ist eine Scroll of Identify. Das heißt, jetzt kann ich zum Beispiel mal den Ring identifizieren lassen. Und das ist ein Uncursed Ring of Ice. Sehr cool. Was macht der? A Ring that brings its wearer more in contact with the powers of ice. It grants resistance to cold and enhances ice magic but causes vulnerability to heat. Das heißt also, wir haben mehr Resistenzen gegen Kälte, aber machen uns schwächer gegenüber Hitze. Was kein Problem ist. Ich ziehe den an. Mit P. Put on. A Ring of Ice on the left hand. Da ist er. Sehr schön. Jetzt haben wir die Scroll of Identify ja einmal identifiziert. Das bedeutet, und das gilt auch für alle anderen Gegenstände, wenn sie einmal identifiziert sind und wir sie irgendwo in der Welt finden, dann ist dieser Gegenstand auch weiterhin identifiziert. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel das Amulett identifizieren lassen. Das mache ich, indem ich es lese. Amulett. Es ist ein Uncursed Amulett of Regeneration. Und auch da können wir gucken, was es macht. Increases Natural Regeneration Rate. In order to function, it must first attune itself to the wearer's body at full health. You can found it. Okay, das heißt, wir müssen erstmal in die volle, Voll-HP. Jetzt nämlich. Und jetzt können wir es auch wirklich anziehen. Put on. Und ab jetzt regenerieren wir schneller. Das ist super, dass wir die beiden Sachen gefunden haben. Wir können auch nochmal mit dem Prozentzeichen. Seht ihr hier zum Beispiel, dass wir durch diesen Ring, den wir angesetzt haben, jetzt Kälteresistenz haben, aber eben auch anfälliger sind, was Feuer angeht. Das kann man aber dadurch, dass es kein Cursed Ring ist, jederzeit auch wieder abnehmen. Die Potions trinke ich jetzt mal nicht. Das wäre mir zu gefährlich. Ohne Identifikationsrolle am Ende sterbe ich hier. Das muss jetzt nicht sein. Hier ist wieder so eine Trap. Teleportation. Da sind wir sehr schnell unterwegs. Und da oben. Da sehe ich zwei Sachen. Ein Amulett ist hier dabei. Und hier ist noch ein... Lass mich kurz gucken. Faded Altar of an unknown God. Okay. You cannot tell which God this Altar belongs to convert to them anyway. Nö. Wir bleiben hier bei Trog als Berserk. Andere Rassen haben zu Beginn gar keine Religion. Oh, aber hier ist unser Altar von Trog. You offer a prayer to Trog. Tja. Passiert nichts weiter. So, hier ist nur einer drin. Den mache ich platt. Dann nehme ich hier das mit. Robe brauche ich nicht, weil ich die nicht tragen werde. Ich brauche eigentlich eine ganz coole Rüstung für den Nahkampf. Das wäre eigentlich viel cooler. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Spielchen. Ich bin ja... Oh, da ist eine... Muss ich mal kurz gucken. Fernkämpfer. Oh, das sieht aber wirklich nach einer schicken Ringmail. Alter. Ich überlege gerade, ob Ringmail stärker ist als Chainmail. Und es ist noch Glowing. Das heißt, da ist irgendwas als ein sogenannter Brand. Ich glaube, dass Ringmail nicht stärker ist als... Es gibt noch Platemail. Das ist auf jeden Fall das Stärkste. Ich ziehe das Ding mal an. Es kann sein, dass es eine Falle ist, aber es ist... Ich ziehe es mal an. Where? Oh, geil. Das war sogar ein positiv verzaubertes Ding. Plus zwei Ringmail auf Fire Resistance. Und das Coole ist, dass wir dadurch jetzt die Feuerresistenz wieder hinbekommen haben und neutralisiert haben. Das ist ja stark. Anders kann man sagen, wenn ich den Ring runternehme, äh, Remove, dann müsste ich eine erhöhte Feuerresistenz haben. Durch die Rüstung. Das ist der Wahnsinn. Das ist cool. Das gefällt mir, aber ich will den Ring gerne auch wieder anziehen. Deswegen Put on P. Die Rüstung lassen wir auch an. Ähm, Animal Skin können wir jetzt eigentlich droppen. Brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht rum. Und, äh, die Robe auch. Wunderbar. Sehr, sehr cool. Das ist sehr cool. Muss man echt sagen. Das ist gut gelaufen. Hier haben wir wieder den Lizard. Wobei das durchaus auch stärkere, ähm, Gegner inzwischen sein können. Also immer lieber nochmal checken. Ringmail. Hier ist nochmal ein Ringmail. Also, ich kann es mal aufheben, aber ich denke nicht, dass ich die, äh, anprobieren werde. Was hat die? 5, 7, 5, 5, 7, 5. Ne, machen wir nicht. Wenn ihr das Spiel spielen wollt, im Browser zum Beispiel auch. Ich, äh, verlinke unten, wo ihr es runterladen könnt und wo ihr es im Browser spielen könnt. Und sagt mir doch gerne mal, ob ihr euch, äh, wünscht, dass ich sowas mal im Stream auch spiele. Und, äh, was ihr generell davon haltet. Denn ich finde, ihr habt so einen ganz guten Eindruck jetzt bekommen, wie das Spiel geht. Natürlich steckt da noch viel mehr dahinter. Ihr könnt dann auch, äh, es gibt auch Shops, die ihr finden könnt, wo ihr Sachen kaufen könnt. Äh, und so weiter. Also, das ist sehr komplex. Und der Dungeon ist nicht das einzige. Es gibt noch, oh, hier ist noch ein, da ist noch ein Rublinfarbener Ring gewesen. Ja, hier haben wir jetzt das Problem, das seht ihr am grünen Symbol und auch an dem Ding poison. Wir sind jetzt von der Schlange gebissen worden. Aber das ist ein Effekt, der hoffentlich gleich nachlässt. Genau, das ist auch so. Dann Exploring. Jetzt können wir, äh, in Dungeon Level 3 gehen. Da gehen wir noch kurz runter. Und sehen gleich hier irgendjemanden rumeiern. Ein Ork, der müsste eigentlich machbar sein. Level 4. Wir sind ein bisschen stärker. Wir haben eine Black Potion. Hier ist eine Schlange. Attackieren wir. Butchern, damit wir das Fleisch mitnehmen, falls wir hungrig werden. Hier ist Obst, auch gut. So, den machen wir auch noch platt. Hier ist auch nochmal was. Hier ist auch nochmal ein Gegner. Oh ja, aha. So, Freunde. Jetzt haben wir schon die ersten Gegner, die ein bisschen weniger Spaß machen. Das ist ein Ork Wizard. Und das sind Orks. Jetzt haben wir das Problem. Müssen wir mal kurz gucken. Der Wizard ist nämlich das Problem. Weil der Wizard versteckt sich nämlich hinter seinen Orks und ist jetzt sogar unsichtbar. Ich seh ihn gerade nicht. Da ist der Geist von ihm. Okay. Jetzt muss ich mal kurz aufpassen. Ability. Ich bin too confused. Okay. Und ich habe ihn tot gemacht. Sehr gut. Erstmal heilen. Da sind wir wieder. Sehr gut. Wunderbar. Jetzt können wir gucken, was hier ist. Wir haben Dagger, Rope, Ork, Kors. Davon brauche ich eigentlich nichts. Ist hier noch mehrfach irgendwelche Waffen? Ne. Oh doch, hier ist was. Ah, Flail. Flail gehört zu den Maces. Nehme ich mal mit. Wer weiß, vertaugt das irgendwas? Okay. Sehr gut. Ja, das soll es aber für den Moment gewesen sein. Ich danke euch fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Follow da. Ein Kommentar. Ein Daumen nach oben. Ist auch super schön. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hier bei YouTube und gerne auch bei mir im Twitch-Kanal. Bis dann. Danke für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao.